Dann wäre für mich noch die Frage mit dem Teleskopstapler. Das hattest du ja auch bestellt, wurde der jetzt auch schon geliefert? Der wurde heute angeliefert und gleich wird der Christian, unser Bausteineleiter, auch eingewiesen. Welche Maschine wurde jetzt geliefert? Das ist der Dreieinhalbpanner geworden mit 17 Meter Ausladung. Perfekt. Und pünktlich geliefert? Alles reibungslos abgelaufen und die Maschine ist auch schon vor Ort. Hier haben wir ein Merlo 40.17, 17 Meter Hubhöhe, 4 Tonnen Tragkraft. Der Merlo zeichnet sich besonders durch seine kleinen Außenabmaße aus, ist sehr wendig auf der Baustelle. Er kann auf der Stelle drehen und besonders ist am Merlo auch, dass er unabgestützt die volle Armhöhe ausfahren kann. Ich glaube, das ist ein toller Part, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Was vor allen Dingen wirklich klappt, ist die schnelle Reaktionsfähigkeit. Wir stecken eine Anfrage durch und innerhalb von ein paar Minuten kommt auch schon die Rückmeldung mit dem Angebot.